Weil Füranand-Dasein allen was bringt und helfen glücklich macht, gehen wir auf Tour, um mehr zu werden. Füranand ist jetzt schon die größte Community für Mitmenschlichkeit in Österreich. Ich bin stolz, dass ich hier bin. Jeder hilft im Endeffekt gerne. Man muss einfach nur einen Weg finden, wie man diese Hilfe eben leisten kann. Außerdem denkt sich, dass unsere Gesellschaft das braucht, Leute, die sich für nicht so starke Mitglieder der Gesellschaft engagieren. Und es ist einfach schön, andere Menschen, die es nicht so gut haben, zu unterstützen. Es ist gut fürs Karma, denn es hilft anderen. Wenn ich den Menschen helfe, fühle ich mich besser. Es macht auch einfach Freude, anderen Freude zu machen. Man bekommt wirklich viel zurück. Willst du auf der Fall sein? Wir sind in den nächsten Wochen unterwegs und kommen nach Wien, Salzburg, Linz, St. Pölten, Klagenfurt, Gras, Regens, Innsbruck und Oberwass. Kommt vorbei und besuch uns am Stern. Wir freuen uns auf dich. .